Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Danke fürs Einschalten, neues Video. Auch heute machen wir mal was komplett anderes. Wir gehen nämlich Kart fahren. Irgendwie fangen gerade alle Videos nachts an bei mir. Warum auch immer, ergibt sich da ein Pattern. Ich weiß es nicht. Ich freue mich drauf. Ich war schon lange nicht mehr Kart fahren. Ich war auch bis jetzt nur einmal, glaube ich, Kart fahren. Deshalb, ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird nicht zu kalt. Ich habe jetzt nur einen Pulli an. Ich habe zwar überlegt, eine Jacke mitzunehmen. Ich habe das nicht getan. Mal gucken, ob ich es bereuen werde oder nicht. Wir sind jetzt auf dem Weg. Ich denke mal so circa 20 Minuten sind wir da. Und dann besprechen wir weiteres. Und dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, wir fahren eine Stunde sogar. Ich weiß nicht, ob wir durchfahren. Oder ob das mehr so Quali-Renn-Style ist. Ich bin mal gespannt. Dann viel Spaß euch beim Video. Und danke nochmal fürs Einschalten. So, hier sind wir. In Mannheim ist das alles. Jetzt ist gerade Yellow Flag. Alle müssen stehen bleiben. Gut für mich, weil dann hört ihr mich. Junge, habe ich Bock drauf. Ich werde anscheinend 10 Minuten Quali fahren und dann 15 Minuten durchfahren. Also, danach sind wir tot. Bisschen große Sau. Mal gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.